So, hallo, ich bin Alice Rose und komme aus Kopenhagen und danke, dass ich hier in diesem Unplugged Wohnzimmer spielen darf. Ich bin Singer-Songwriter, habe viel elektronische Musik gemacht und bin jetzt, ich spiele auch Bratsche und Loopstation und so weiter, aber für meine akustischen Sachen spiele ich dieses Autohab und das ist mein Hund, der schnarcht hier unten. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich höre das. So, ich werde heute Songs spielen von meinem nächstes Album, das heißt What to Do in the Rain und das wird nächstes Jahr erscheinen und das sind Lieder, die habe ich geschrieben hier im letzten Jahr. Ich glaube, das erste Lied vom Album habe ich geschrieben letztes Jahr im Dezember und das letzte kam zustande im September. Insofern alles ganz frisch und schön. Und das erste Stück heißt Token of Love und das ist ein Lied, wo es darum geht, miteinander zu reden, statt miteinander, wie sagt man, Texten. Ich habe dann irgendwann gemerkt, da kommen so viele Missverständnisse dabei rum. Das heißt Token of Love. Baby, please Don't get me wrong I didn't mean to ride Something hurtful or strong I much prefer To talk a touch To this high abstract plane We communicate on We're just getting to know Each other a bit And it's not so easy To guess what's ahead Or who is sitting Across from you Where is he from Where is he from Where is he from What does he do So give me a squeeze A smile and a hug Let me melt To the touch Cause when we meet Cause when we meet Nothing is spoken Yet all we need to know is it And it's a token A token of love 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020